Hey, landen Ihre kalten E-Mails im Spam statt im Posteingang? Unterbricht Ihr aktueller SMTP-Serveranbieter Ihren SMTP-Server, nachdem er einige E-Mails gesendet hat? Dann machen Sie sich keine Sorgen, SMTP-Git bietet eine Lösung namens Bulletproof SMTP-Server, einen Server, der wird gesperrt und sendet 100% der E-Mails an den Posteingang. Lassen Sie uns nun über die Funktionen des von SendGit.com angebotenen Bulletproof SMTP-Server sprechen. Nummer 1. Dedizierte IP Sie erhalten eine dedizierte IP für den E-Mail-Server, was eine hervorragende E-Mail-Reputation und Zuverlässigkeit gewährleistet. Nummer 2. SPF, DKM, Maas konfiguriert Unsere Experten haben SPF, DKM und Maas für eine bessere Platzierung im Posteingang und nicht in Spam-Ordnern konfiguriert. Nummer 3. Tab-Support rund um die Uhr Unser Experten-Team bietet rund um die Uhr erstklassigen Support und stellt sicher, dass Sie jederzeit Hilfe erhalten. Nummer 4. Automatische Überprüfung auf Blacklist Haben Sie Angst, auf die Schwarzliste zu kommen? Das ist nicht der Fall, wir haben automatische Kontrollen eingerichtet, um Ihren Ruf als Absender zu schützen. Lassen Sie uns nun über unsere Preise sprechen. smtp.com können Sie Ihren dedizierten Bulletproof SMTP-Server für nur 50 US-Dollar erwerben, der 1.000 E-Mails ermöglicht. Stunde, aber warten Sie, wir haben auch Premium-Pläne für 185 Dollar, mit denen Sie 3.000 E-Mails pro Stunde versenden können. Weitere Informationen zu unseren Plänen finden Sie unter smtp.com. Aber Sie ist noch mehr. Unser SMTP-Server ist mit allen gängigen Desktop-Programmen wie Outlook, Interspiele, Blaster, GameDine und viele andere. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie einfach unsere Website unter smtp.com oder senden Sie uns eine WhatsApp über den angegebenen Link in der Beschreibung.